Ich hätte niemals gedacht, dass ich das tue. Aber ich habe mir einen Vorschlag von euch angehört, der mich gegruselt hat. Und zwar dieses gruselige Ding. Ich habe mich schon immer davor... Hör auf, dich zu bewegen! Ich habe Angst davor. Okay, Leute, es ist tatsächlich so weit. Ich habe mir eine App runtergeladen, vor der ich ein bisschen Angst habe, okay? Ich bin mir nicht ganz sicher, was ich davon halten soll, aber ich habe dieser Katze, die da in diesem Karton drin ist, noch nie vertraut, okay? Wir schauen uns das Ding mal an. Ich habe Hunger, lass uns in die Küche gehen. Okay. Ich habe diese Katze schon immer irgendwie in meinen Träumen gehabt. Und jetzt muss ich sie auch noch füttern. Ich springe jetzt über meinen Schatten und werde jetzt meiner Angst gegenüberstehen und dieser Katze hier ihr Essen geben. Ich vertraue dir nicht ganz, aber wir spielen einfach mal, okay? Ich habe schon mal Sachen über diese Katze gehört. Fütter mich! Okay. Hier hast du deine Erdbeere, Kumpel. Oh, oh, wer ist denn da so gierig? Ha, 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 ha. Okay, hier hast du sie. Okay. Jetzt haben wir sie gefüttert. Noch ist sie ja nett. Okay. Ich muss aufs Klo. Lass uns ins Badezimmer gehen. Aha. Okay. Okay. Warum muss ich dir jetzt unbedingt dabei zusehen? Ich will spielen. Lass uns ins Wohnzimmer gehen. Okay. Bitte streichel mich. Ich, ähm, vertraue dieser Katze nicht, aber ich streichel sie mal. Hier. Einmal streicheln. Aha. So. Ich bin müde. Lass uns ins Schlafzimmer gehen. Ha, 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 ha. Okay. Mach das Licht aus. Schlaf ein. Okay, sie ist eingeschlafen. Okay. Leute. Gib deinem Kätzchen einen Namen. Tom. Nimm nicht deinen eigenen Namen. Okay. Äh. Äh. Roman. Nein. Rienab. Oder wie soll ich sie nennen? Der. Der Killer. Ha, ha, ha. Sie heißt der Killer. Ich hab schon einiges über diese Katze gehört. Und ich muss ganz ehrlich sagen, sie hat schon mal tatsächlich, es gibt ein paar, es gibt paar Internetforumseinträge, dass diese Katze schon mal verrückte Dinge gemacht hat. Deswegen, deswegen vertraue ich der noch nicht ganz. Ich schaue mir das nochmal an. Wir haben jetzt eine Aloha-Kleidung für die Katze freigeschaltet und blaue Augen. Okay. Schaue wir mal rein. Ha, 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 ha. Es sieht so aus, als ob sie in den Urlaub fährt. Okay. Alter. Da oben ist einfach Werbung von diesem Spiel für dieses Spiel, obwohl ich das Internet ausgeschaltet habe. Ich spiele extra immer diese Spiele ohne Internet, um keine Werbung zu bekommen. Und die haben einfach im Spiel selber Werbung für ihr eigenes Spiel eingebaut. Was ist das denn? Das ist ja unglaublich. Ich möchte gar nicht wissen, wie das ist, wenn man hier Werbung bekommt. Ich habe schon, ich habe so Rezensionen gelesen, die haben sich alle darüber beschwert, dass hier viel zu viel Werbung ist. Okay. Was können wir machen, damit du nicht mehr so gruselig anziehst? Ja, zieh dir was an! Ha, jetzt hat er rote Augen. Ich habe es gewusst, er ist böse! Seht ihr? Das ist dein wahres Ich. Jetzt kann man ihn in seine Seele sehen. Ah, was ist das für eine Frisur? Das ist ja fast wie meine. Okay, ich wurde gerade angerufen. Ich schwöre es euch, das ist die komischste Aufnahme überhaupt. Aber ich wurde gerade auf dem Handy angerufen. Und da hat jemand angerufen und nach Tom gefragt. Okay? Kein Spaß jetzt. Gerade eben hat mich jemand anonym angerufen auf dem Handy und hat gefragt, Tom, bist du's? Da habe ich gesagt, nein, hier ist kein Tom. Da hat er aufgelegt. Oh mein Gott! Das ist echt ganz schön gruselig, Mann. Äh... Ich gehe mal weiter. Okay, wir... Wollen wir ihm noch eine Frisur aus... Ah! Okay, damit er nicht so gruselig aussieht, kaufe ich ihm die Haare hier. Okay. Gut, dann sieht er nicht so gruselig aus. Okay, jetzt haben wir kein Geld mehr. Tom, lass mich in Ruhe. Ich kann dich nicht hören. Ich muss auf das Mikrofon zugreifen können. Ah! Warum muss er denn auf das Mikrofon zugreifen? Okay. Keine Internetverbindung. Das ist richtig. Das ist richtig. Hey! Hey! Was machst du da? Warum sprichst du mir nach? Was machst du da? Warum sprichst du mir nach? Hast du mich gerade angerufen? Hast du mich gerade angerufen? Warum sprichst du so komisch? Warum sprichst du so komisch? Nein, warum sprichst du so komisch? Sprichst du so komisch? Nein, nein, nein. Du sprichst komisch. Nein, du sprichst komisch. Ich möchte dich töten. Na? Das hat der... Das hast du gerade gesagt. Das hat der... Das hast du gerade gesagt. Okay. Okay. Wohnzimmer. Oh mein Gott. Okay, jetzt sind wir im Wohnzimmer. Er kann mich nicht mehr hören. Das ist... Das ist Dings. Der hört uns. Der ist dran und drüber, uns bald umzubringen. Okay, wir müssen aufpassen. Ich wechsel den Stuhl. Ich habe kein Geld. Ich muss Geld verdienen. Da hat der Sparschwein. Da hat der Sparschwein. Okay, zwei Münzen. Oh, dreh es. Hol deine Belohnung. Okay, Sparschwein, du musst mir jetzt so viel Geld geben, dass ich hier irgendwas wechseln kann. Komm schon, Sparschwein, komm schon. Los. Ich habe wieder Turm gewonnen. Das ist die komischste Aufnahme, die ich jemals gemacht habe, Alter. Mich hat einfach jemand jetzt angerufen gerade und Tom ist verrückt. Ich habe gewusst, dass irgendwas stimmt mit dieser App nicht. Irgendwas stimmt mit der nicht. Was haben wir da jetzt gewonnen? Goldene Augen. Nee, nee, nee. Du zeigst schön dein wahres Ich. Und das sind diese Augen hier. Okay. So. So. Okay. Okay. Was willst du von mir, hä? Was willst du von mir, hä? Nein, was willst du von mir? Nein, was willst du von mir? Okay, wir müssen irgendwas spielen. Wir müssen irgendwas spielen, damit er uns mag. Sonst greift er mich noch ran. Okay. Tor. Was ist das für ein Spiel? Spiel. Oh mein Gott, was muss ich hier machen? Uff. Tor. Oh, blockiert. Nein. Er hat auch ein Tor. Zack. Tor. Oh, er hat an sich ein Eigentor gemacht. Okay. Spiel ich gegen den hier. Tor. Und. Huh. Oh, schönes Eigentor hat er sich gemacht. Schönes Eigentor. Du gewinnst. Okay. Ich bekomme für jedes Mal, wenn ich das hier spiele. Ah. Einen Gewinn. Okay. Tor. Ausweichen. Oh mein Gott, dieses Spiel ist richtig wild. Nice. Huh. Ho. Ho. Junge, dieser Hund ist richtig krank. Okay. Gut. Schönes Ding. Möchtest du das Spiel beenden? Ja. Nice. Okay. Dann gehen wir hier mal raus. Mal gucken, was gibt es hier noch. Steinsprenger gibt es noch zu spielen. Okay. Mal gucken, was dieses bösewillige Spiel jetzt damit auf sich hat. Was muss man hier machen? Ziele auf den Stein. Uff. Wow. Sammle den zweiten Ball. Wuh. Gesammelt. Okay. Nutze die Bälle zum Zerschmettern des Steins. Juhu. Iiiiihah. Achso. Ich muss erst diese anderen Bälle da sammeln. Und mit diesen anderen Bällen kann ich jetzt diese Vierersteine hier kaputt machen. Wow. Ist das spannend. Wie kann ich das hier? Guck mal. So kann ich die beide sammeln, glaube ich. Ui. Okay. Schönes Ding. Da habe ich jetzt richtig ordentlich abgesahnt. Oh. Zack. Hoppa. Dann hier. Den hier. Schaut euch das an, wie viele Schlüssel ich bekomme. So. Oh Gott. Die kommen immer näher. Das ist ja wie so ein kleines Tetris-Spiel. Ich habe ein bisschen Angst davor. Hallo. Ich verliere. Ich bin da nicht so gut drin, Mann. Acht Stück. Da. Komm schon. Gib mir die... Oh. Gib mir das Ding. Klasse. So. Die drei Dinger. Nein. Oh. So. Oh yeah. Schön aufgeräumtes Ding. Oh, Junge. Ist das wild. Okay. Das ist gar nicht mal so spannend. Ich mache mal hier wieder aus. Meine Angela. Ne, Mann. Das reicht jetzt. Hey. Was willst du? Ich habe schon gespielt. Lass mich in Ruhe. Hey. Was willst du? Ich habe schon gespielt. Lass mich in Ruhe. Warum sprichst du mir nach? Ich werde jetzt das Video beenden. Und du wirst mich nie wieder irgendwo hin verfolgen. Verstehst du mich? Okay. Ich habe dich verstanden, Mann. Alles klar. Ich gehe dann mal. Wir hören uns. Alles klar. Ich gehe dann mal. Wir hören uns. Okay. Leute. Falls ihr... Falls euch dieses Video gefallen hat. Gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Und einen Like. Und ich gehe jetzt langsam. Weil dieses... Diese Katze macht mir Angst. Okay. Leute. Falls ihr... Falls euch dieses Video gefallen hat. Gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Und ein Like. Und ich gehe jetzt langsam. Weil dieses Katze... Diese Katze macht mir Angst. Ah. Und ich gehe jetzt langsam. Und ich gehe jetzt langsam. Ich gehe jetzt langsam. Bis zum nächsten Mal.